Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Übersicht, den Röfo-Podcast. Glossar Thorax radiologischer Begriffe entsprechen der Terminologie der Fleischner Society. Wormans und Hamer stellen die deutsche Übertragung des Glossars Thorax radiologischer Begriffe der Fleischner Society dar, die 2008 eine Überarbeitung publiziert hat. Die Fleischner Society hat seit 1985 mehrere Empfehlungen zur Thorax radiologischen Terminologie veröffentlicht, zuletzt im Jahre 2008. Eine deutsche Übertragung dieser Begriffe wurde 1996 publiziert. Eine neuere deutsche Fassung der Terminologie liegt aktuell nicht vor. Die Autoren schlagen deshalb eine Neufassung einer deutschsprachigen Terminologie vor, die sich eng an den Empfehlungen der Fleischner Society von 2008 orientiert. Dabei wurden die Bezeichnungen für Bildmuster und anatomische Strukturen in das Glossar aufgenommen, nicht jedoch die Bezeichnungen für bestimmte Krankheitsbilder. Einige Begriffsdefinitionen mussten an den deutschen Sprachgebrauch angepasst werden, da die entsprechenden Begriffe im Deutschen abweichende Bedeutungen haben. Anglizismen sollten auf ein Minimum reduziert werden, ließen sich jedoch nicht komplett vermeiden. Für einige Begriffe, wie beispielsweise Airtrapping, gibt es keine allgemein gebräuchlichen deutschen Entsprechungen. Eine willkürliche Übersetzung erschien in diesen Fällen wenig sinnvoll, deshalb wurde dem üblichen Gebrauch entsprechend der englische Begriff ins Glossar übernommen. Außerdem wurden einige Begriffe hinzugefügt, die seit Erscheinen der englischen Version neu oder anders definiert wurden, wie zum Beispiel Bronchus, Mukoidimpaktion oder Zentrilobuläre Verteilung. Diesen wurde ein Revisionsbericht hinzugefügt, der die inhaltlichen Änderungen gegenüber der Originalpublikation der Fleischner Society von 2008 begründet. Fazit. Die Autoren liefern einen Vorschlag der Neufassung einer deutschsprachigen Terminologie zur Thoraxdiagnostik, deren generelle Verwendung sie in radiologischen Befunden empfehlen. An einigen Stellen waren Überarbeitungen oder Anpassungen an den deutschen Sprachgebrauch erforderlich, auch wurden einige Begriffe, die nicht in der englischen Version enthalten sind, hinzugefügt.